Okay, du hast ja keine Burger für mich, oder? Nö, 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 nö. Ach, ich hätte mir die Erlaubnis geben können, fällt mir gerade ein. Egal, ich glaube, ich soll es erst mal der Zombie. Oh, ich habe doch noch Menschenfleisch hier, sehr gut. Kann ich eigentlich irgendwo reinpacken, wenn ich ehrlich bin, weil es wird sowieso verbraucht, das weiß ich. Also, einmal Bier. Hab ich das ganze Bier? Ich hatte doch noch Bier übrig, oder? Vielleicht aber auch nicht. Nicht so wild. Ich mache einfach nochmal Neues. Das kriege ich dann morgen. Den Zombie gucken wir mal, dass er möglichst nicht beschädigt wird. Das heißt, dass ich den Saft jetzt direkt hole und... Ach, ja, Glauben und Zombiesaft. Zombiesaft haben wir hier. Glow machen wir oben. passt erlebe So, du machst gleich mal den Scheiß hier. 5% aber, also ganz ehrlich, dafür reicht es. Sollte der eigentlich echt gut hinkriegen. Oh, das ist gleich durch, sehr schön, da wollte ich noch kurz. Machen wir das nämlich gleich fertig. Ja, das kriegt er ganz gut hin, ich glaube innerhalb von zwei Tagen sollte der fertig werden damit immer. Hätte ich eigentlich selbst noch eins mitnehmen können. Muss ich nur gucken, dass unten immer genug da ist und dann habe ich eigentlich genug. Hier, dein Bier. Oh Mann, das ist wirklich gut. Das ist ein guter Baumeister, weißt du. Geh mal nach oben und höre die Schrift drauf von meinem Tisch. Das ist ein Geheimprojekt, ein Honigbier. Ich glaube, dass du das hinbekommst. Oh, okay, danke. Okay, erstmal umschauen. Spezielles Bier. Hm. Okay, überhaupt kein verstörendes Bild, aber... Ah, hier fehlt ein bisschen was, aber man könnte echt schlechter leben, muss ich sagen. Oh, ich will zur Katze. Hey, Frau Kette. Ja. Ja. Und mit. Und jetzt? Einfach nur so. Doktor, er schafft das. Ist ein guter Junge. Okay, was brauchen wir dafür? Einfach nur bisschen Honig und wenig Hopfen, vor allem. Das heißt, ich muss auch Honig reinpacken. Der Honig endlich mal tatsächlich einen Sinn. Und dann? Ich habe es. Ja. Ich habe es. Dasselgeys. Ich habe es. Ich habe es. DEREN, DEREN 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 dem händler kann ich jetzt auch gleich ich nehme somit dem händler kann ich jetzt auch gleich die dings geben die die gerichte das sind ein deutscher und 15 die speise die du wolltest es war nicht einfach habe ich habe es geschafft die tolle aus bis ein echter kochen gehen am kirchen die gerüchte über dieses den home komm nächste woche zu mir und erzählen wie es gelaufen ist was den plan angeht also steht sonst noch irgendwas zwischen dem job ich glaube wir haben alles gemacht was du wolltest hast der vorstand des könig die rate ist kein mitglied unseres gourmet clubs aber er hat seine schwäche welche schwäche der anmut von frau anmut wenn du verstehst was ich meine aber verstanden vor allem wird es also die einzige person die ihnen dazu bringen könnte mich zu unterstützen und du bist die art von menschen die sich mit ihm vielleicht verhält und da ist er schon mein einfacher aber eleganter plan über spezifischen anweisungen wirklich sei ein gutes abend aus seiner gesellschaft einer frau vor sagt mir was scheint wenn sie auf unserer seite ist okay was brauchen wir wenn nämlich eh nur noch die grad alter ist teuer aber ich muss das jetzt ich muss jetzt mal ein bisschen was investieren ich glaube ich verkaufe ein paar karotten schnitzel schnell die habe ich auch noch immerhin etwas daher hätte ich zurücklassen können ich gucke mal dass ich noch ein paar ein bisschen hopfen jetzt rankrieg vor allem die goldenen aber wie lange man hier rum macht bis man endlich mal diese konstruktionspläne hat moment das ist er ob man sich ich noch ich will die samen gut scheiße die schlechten ja und dann wahrscheinlich auch keine zwiebelse haben jetzt für mich oder sobald irgendwas was träger das sofort das ist blöd hast du endlich mal kann ich nicht auch noch was muss ich noch mal machen damit ich die erlaubnis von dir krieg und was muss ich machen um an die kohle jahren zu kommen ja gut ne der hat nichts auch kürbis komme ich nicht weiter gleich kann ich die sache später von ihm kaufen so was dann packen wir erstmal die saat hier rein an aus und auf auch 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 passt schon ich packe mal kurz alles hier rein was nehme ich mit torf bleibt die mit das mit und die silbernen sachen nämlich auch noch mit einfach nur dass ich was für unten habe gleich wieder ich hatte hier doch irgendwo da stimmt die kommen auch hoch fällt mir gerade ein warum nicht noch mal perfektes bier dann gucke ich mal dass ich noch ein paar dass ich noch mal haufenweise keile jetzt gleich mache mit schlange kann ich gerade nichts anfangen leider goldschmuck und bier diese lebensextrakte müssen eigentlich irgendwo hier rein wein kommt hoch essen weiß ich noch nicht wo genau ach ja ganz ehrlich das habe ich voll vergessen die asche kann ich jetzt echt gebrauchen das wäre ein guter mensch gewesen ich hätte lieber den zum zombie machen sollen das habe ich kaputt gemacht das ist ja wild es muss erst mal ein bisschen warten da ich muss mal ein paar sachen loswerden erst mal sich holz holen was das rein da nicht mehr nehm ich da rein das geht schon mal da rein naja kommt drinnen rein hier kommt auf jeden fall diese sachen rein glas muss raus das muss rein das muss auch rein was kann ich damit machen keine ahnung vielleicht kann ich damit auch noch irgendwas anfangen scheiß auf den inquisitor erstmal ach nee das brauchen wir das brauchen wir was wir das brauchen wir jetzt machen wir haben wir bei mir aber mir kommt m er ja manchmal denke ich mir ich sollte mich mehr um meine familie kümmern in die ich eigentlich eingeboren bin aber andererseits denke ich mir dann immer ich weiß auch nicht ich bin einfach nicht man meint es vielleicht nicht und ich gebe mich auch manchmal anders aber ich bin nicht der geselligste mensch ich bin immer bereit zu helfen und ich kann mitgefühl zeigen und all diese sachen aber ich bin jetzt nicht jemand der sagt okay ich muss jetzt unbedingt immer überall mit drin hängen das bin ich einfach nicht habe ich selber dabei ein bisschen aber ich habe eigentlich genug platz dass ich kann man die zum bisschen nachher noch aufwerten wahrscheinlich nicht aber ich müsste eigentlich gucken dass ich haufenweise gold injektionen fertig krieg und dann über zombies erschaffe ich glaube das wäre das beste was ich machen kann aber das hat jetzt gerade meine theorie bestätigt je schlechter die leiche ist umso schlechter der zombie das heißt wenn ich diese richtig schön mit gold injektionen voll pumpe dann geht das auch so richtig ab ich habe ja ein paar viele eigentlich müsste ich nächste woche tatsächlich nach köln aber das war abgesagt klar das ist eine chance die ich vielleicht hätte mal vielleicht hätte ich die chance wäre die chance nicht schlecht gewesen aber da jetzt denke ich mir ich bin jetzt in der ich bin jetzt in der vorbereitung für die zwischenprüfung und zockiert spiel aber darum geht es nicht es ist wirklich besser so wie es gerade ist meine frau ist auch froh dass ich okay es wäre erst nächste woche aber trotzdem hätte ich dann immer die ganze zeit das im hinterkopf ein glück ist diese woche plus vier tage ein glück sagt mir dass meine frau ich hätte nämlich vergessen ich hätte wirklich vergessen jemand ich sehe es dann aber im ersten moment denke ich an diese sache halt ich sehe es nicht ich glaube vieles in meinem leben wäre anders wenn ich jetzt wirklich ohne angenommen unabhängig davon dass ich jetzt hier nicht wohnen würde und ich kein haus hätte aber nehmen wir jetzt mal an ich wäre jetzt wirklich vollkommen alleine ich glaube mein leben würde total eskalieren so wie früher als sie alleine gelebt hat das war das mache das problem ist ich höre dann irgendwann auf auf mich zu achten wenn niemand auf mich aufpasst quasi und das merkt man dann auch früher oder später dass ich halt es ist nicht so dass ich anfange raus und gewaschen raus zu gehen oder sowas aber ich höre dann meistens auf zu essen irgendwann irgendwann und schlaf nicht mehr nicht die beste kombination ich bin dann immer noch super zielstrebig tatsächlich aber es ist trotzdem nicht unbedingt gut heute war auch gerade wieder so ein wetter es ist kalt und dann wird es warm und dann hat die sonne auf mich geschienen und ich sitze halt gerade wirklich direkt am fenster und dann habe ich noch mal gemerkt wie mir die augen zu gefallen sind ja jeder auch scheiße ist immer so kurzzeitig das nachmittagstief da war auch aus mir unerfindlichen gründen plötzlich nicht mehr so viel zu tun weiß nicht so schlimm ich habe nämlich dann ich bin auf arbeit mit meinem youtube kanal verbunden habe ich einfach mal hier von grey hat keeper die vorbeschriftung gemacht also ich habe immer so phasen da mache ich das dann mache ich mal das dann aktuell ist auch ich liefere noch project zum politen grad aber da sind jetzt ein paar folgen ohne also eine folge ist ausgefallen egal ich habe gesagt dass ich es wahrscheinlich nicht mehr liefern kann erst mal vielleicht ist nach der zwischenprüfung erst mal anders aus dass ich dann mir einfach mal abends ein bisschen zeit nehmen aber ich weiß aber ich will auch nicht jetzt unbedingt mein kind vernachlässigen oder meine frau vor allem nicht ich bin ehrlich gesagt sehr 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 froh dass meine frau mich so unterstützt hier bei dem allen dass sie mir so den rücken frei hält dass ich auch jetzt hier zum beispiel einfach mal gerade ein bisschen zeit nehmen kann obwohl die zeit jetzt auch gleich wieder rum ist und dann muss ich wieder an die sachen setzen aber einfach so ein klein bisschen hilfe es wird nicht ohne geht es würde ich nicht ohne gehen sicherlich ich hoffe jetzt es auf und 2 ich glaube ich habe ein stück rüber schlafe heute inquisitor da das eigentlich auch wirklich aber 33 silberstücke das ist die wer arbeit fast nicht wert für mich lohnt sich tatsächlich am meisten der händler ich habe dann gleich noch mal karotten machen mal schnitzel ach so jetzt habe ich keine whatsapp gelesen sorry ja ich habe zum geburtstag lucille geschenkt bekommen also die waffe von the walking dead wer sie nicht kennt und nicht eine frau die lucille heißt hätte ich mich jetzt auch nicht darüber beschwert aber ja die war es jetzt nicht so ein paar steine heilzombie mehr honig ja auch der wachs mit dem kann ich auch was anfangen ja von den wildlingern ist deutlich schwerer zu ernten macht aber auch macht aber auch sinn so so jetzt so 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 ach ja aber ich sollte erst mal doch was mache ich denn karotten karotten ach ist ja alles unten gelandet richtig das sind auch neue snackköpfel sehr schön karotten haben wir auf jeden fall hier noch auch 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 Na ok, Saatgut bleibt natürlich nichts übrig, macht schon Sinn. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben und einen Schrauben. so haben wir noch eine menge würde ich mal sagen so passt das schon ja auch mal die äpfel natürlich noch ein bisschen marmor wie lange haben wir jetzt schon nicht geschlafen gibt es die errungenschaft für drei tage wach ich so weitermachen müsste ich aber eigentlich bald die blauen punkte voll es gibt auch noch ein paar versteckte errungenschaften die ich noch nicht rausgefunden habe was die was sie bringen aber ich könnte mir vorstellen dass so was dabei ist wie du beendet das spiel also du kommst raus aus der welt hier ich finde die welt aber gar nicht schlecht solange ich nicht selbst wenn ich der wenn der verbrannt wird was wollen sie machen ich bin unsterblich ich mache ordentlich fortschritte da hat der zombie was zu tun geht vorwärts und dann würde ich sagen das war let's play graveyard keeper für heute ich sage tschau mit wichtlein tv und wir sehen uns dann beim nächsten mal noch dahin macht's gut bei leute passt macht's gut bei leute einfach mal möchte noch schnell ein paar technologien dazu packen ich bin ja auch durch ich bin ja auch durch ja Pocket ach ich kann das noch gar nicht deshalb Deshalb. Aha, okay. Das soll ich auch mal machen. Hier bin ich eigentlich auch durch. Hier bin ich, glaube ich, durch. Ah, ich habe jetzt echt alles freigeschaltet. Okay, ich habe echt nicht mehr viel zu machen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye Leute.